Einen wunderschönen guten Morgen hier am Flughafen Wien und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich präsentiere euch von der Flughafen Freunde Wien die Sporting Safari 2024 hier am Flughafen Wien. Und ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß, gleich nach dem Intro. So, ich habe jetzt ein Ticket bekommen mit dem Sporting Safari und wir gehen jetzt direkt in die Zico. Das Nass ist alles weggeschmissen. Ja, aber wenigstens die Airbus Adress fahre ich gleich gleich in Wien. Ich habe sie gemacht. Ja, ich habe es geliebe. Ja, ich habe es geliebe. Wow, ich habe es geliebe. Haha, ich habe es geliebe. Ja, wir haben es geliebe. Ja, wir haben hier schon an die Steine. Wir schauen uns, wie man sich sagen. Wir schauen uns jetzt an die Geburt. Wir haben eine Liste hier. Ich habe es geliebe. Ich bin heute hier. Ich bin heute ein Tag. Da, da. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.